Ich lerne Deutsch. Nummer 1630 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Maria ist eine erfolgreiche Tennisspielerin. Sie hat schon viele Turniere gewonnen. Bei einem 90-minütigen Boxtraining werden durchschnittlich 900 bis 1000 Kalorien verbraucht. Bei einem 90-minütigen Boxtraining werden durchschnittlich 900 bis 1000 Kalorien verbraucht. Wir meistern alle Schwierigkeiten und verstehen uns auch ohne Worte. Wir meistern alle Schwierigkeiten und verstehen uns auch ohne Worte. Wir meistern alle Schwierigkeiten und verstehen uns auch ohne Worte. Ich erkläre Angela, in welcher Abteilung der Bibliothek sie diese Bücher finden kann. Ich erkläre Angela, in welcher Abteilung der Bibliothek sie diese Bücher finden kann. Bald fliege ich nach Afrika. Deshalb habe ich mich impfen lassen. Ohne sterile Latexhandschuhe ist es nicht möglich, in diesem Bereich zu arbeiten. Wir haben den Vertrag per Handschlag besiegelt. Wir haben den Vertrag per Handschlag besiegelt. Diese Pillen sind ohne Rezept erhältlich. Ich kann Ihnen andere geben, wenn Sie ein Rezept haben. Die Kosmetikerin führt eine Hautbehandlung mit einem elektrischen Gerät durch. Die Kosmetikerin führt eine Hautbehandlung mit einem elektrischen Gerät durch. Ich gehe jetzt lieber, damit du nicht noch weiter versuchst, mich zu überzeugen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Auch mir macht der Unterricht jetzt wieder Spaß. Früher mochte ich Geografie überhaupt nicht. Auch mir macht der Unterricht jetzt wieder Spaß. Früher mochte ich Geografie überhaupt nicht. Ich brauche ein neues Smartphone. Kannst du mich beraten? Ich brauche ein neues Smartphone. Kannst du mich beraten? Gibt es heute genug Wind am Strand für meine Windmühle? Gibt es heute genug Wind am Strand für meine Windmühle? Gibt es heute genug Wind am Strand für meine Windmühle? Bevor ich eine Entscheidung treffe, möchte ich noch einmal nachdenken. Bevor ich eine Entscheidung treffe, möchte ich noch einmal nachdenken. Die Pflanze bekommt viel Sonne und Wasser. Sie ist gut gewachsen. Die Pflanze bekommt viel Sonne und Wasser. Sie ist gut gewachsen. Gemeinsam sind wir unschlagbar. Wir haben immer gute Ideen, die wir auch umsetzen können. Ich denke, wir sollten uns mit diesem interessanten Thema näher befassen. Ich denke, wir sollten uns mit diesem interessanten Thema näher befassen. Dein Hund hat einen kleinen Igel auf dem Kopf. Wie kommt er dorthin? Dein Hund hat einen kleinen Igel auf dem Kopf. Wie kommt er dorthin? Mein treuester Freund ist mein Hund. Meine Eltern hatten schon immer Hunde. Mein treuester Freund ist mein Hund. Meine Eltern hatten schon immer Hunde. Das ist die Lösung für unser Problem. Warum habe ich nicht früher daran gedacht? Das ist die Lösung für unser Problem. Warum habe ich nicht früher daran gedacht? Die Familie sitzt auf der Couch und schaut sich ihre Lieblingssendung im Fernsehen an. Die Familie sitzt auf der Couch und schaut sich ihre Lieblingssendung im Fernsehen an. In den Ferien schaue ich mir Filme auf meinem Laptop an. In den Ferien schaue ich mir Filme auf meinem Laptop an. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und dann schaue ich mir Filme auf meinem Laptop an. In den Ferien schaue ich mir Filme auf meinem Laptop an. Und dann schaue ich mir Filme auf meinem Laptop an. Und dann schaue ich mir Filme auf meinem Laptop an. In den Ferien schaue ich mir Filme auf meinem Laptop an. Vielen Dank.